So, guten Morgen! Diese Woche wollen wir uns die Emission und Absorption von Licht von Atomen näher anschauen. Emission ist der Vorausdruck dafür, dass Licht ausgesendet wird von einem Atom und Absorption, dass es eben aufgenommen wird. Und bisher war es so, dass wir immer weißes Licht ins Atom geschickt haben, was hier durch diese ganz vielen Farben eben gekennzeichnet ist. Und dann haben wir schon gesehen, dass, wenn wir uns eine Atomsorte aussuchen, nur bestimmte Farben ausgesendet werden, die sogenannten Spektrallinien eben. Das heißt, buntes Licht geht rein und daraus kommen nur zum Beispiel hier gelbe Photonen. Photonen sind eben der Fachausdruck für einzelne Lichtteilchen. Und wenn wir Licht in ein Atom schicken, wissen wir, dass das in alle Richtungen gestreut wird. Deswegen sagt man auch streuen, weil zum Beispiel den Pulli kann ich ja aus der Richtung betrachten und er bleibt gelb in diesem Fall jetzt. Jetzt wollen wir uns heute aber nicht einen Stoff anschauen, einfach wie eben ein Pulli-Stoff zum Beispiel, weil da gibt es einfach so viele Verbindungen zwischen den einzelnen Atomen. Außerdem gibt es da verschiedene Atomsorten, sodass wir nie so ein reines Linienspektrum hinbekommen. Und um uns wirklich die Emission von einem einzelnen Atom anzuschauen, müssen wir dieses Atom isolieren. Und das schaffen wir zum Beispiel in einer Flamme. Ganz genau werden wir uns Natriumdampf anschauen. Natrium ist im Endeffekt Salz, wie ihr wisst. Also Natriumchlorid wäre das normal Kochsalz. Und wir werden auch normales Kochsalz in eine Flamme halten. Dadurch wird das Natrium dampfförmig und dadurch können wir die einzelnen Natriumatome dann in der Flamme leuchten sehen. Das kennt ihr auch schon aus der Chemie. Das ist dann eine ganz, ganz gelbe Flamme. So, jetzt wollen wir aber eben näher untersuchen heute und nicht nur buntes Licht reinlaufen lassen, sondern wissen, mit welchem Licht kann ich denn ein Atom anregen. Und jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass ich eine andere Farbe brauche, die ich rein strahle, zum Beispiel grün, sodass dann gelb rauskommt. Oder aber es kann sein, dass ich genau die Farbe, die rauskommen soll, auch reinschicken muss ins Atom. Wie können wir das jetzt untersuchen? Ganz einfach. Wir nehmen eine Natriumdampflampe. Das ist eine Lampe, die eben nur durch Natriumdampf Licht erzeugt. Die kennt ihr übrigens solche Lampen. Das sind die alten Straßenlampen, die immer den Gelbstich hatten oder bis heute noch haben. Und da ist einfach ein Gas in einer Art Glühbirne gefangen. Da wird Strom durchgejagt und dadurch schafft man es, dass die Gelb leuchtet. Das Spektrum von Natrium ist so, dass es im Endeffekt zwei gelbe Linien hat und sonst nichts. Also hat es nur zwei Wellenlängen. Also können wir es perfekt untersuchen. Jetzt werden wir einen Bunsenbrenner nehmen und der wird zuerst einfach eine blaue Flamme loslassen, wie es ein Bunsenbrenner so macht. Diese blaue Flamme ist also eindeutig nicht aus Natriumteilchen bestehend, sondern hier aus Erdgrasteilchen und hätte jetzt also andere Spektrallinien, als es Natrium hat. Das heißt, jetzt schickt die Lampe andere Spektrallinien aus, als die Flamme ausschicken würde. Und jetzt stellen wir uns folgende Frage. Entsteht hinten am Schirm, also wir werfen einen Schatten von dem Bunsenbrenner, hier seht ihr den Schatten vom unteren Teil, auf einen Schirm am Ende des Sichtfeldes? Und jetzt ist die Frage, wird hier die Flamme auch einen Schatten bilden oder nicht? Weil wenn die Flamme auch einen Schatten bildet, heißt es, dass das Licht, das von der Lampe auf die Flamme fällt, ja absorbiert wird, weil es nicht durch kann. Überall außenrum kann es schon durch, aber durch die Flamme könnte es dann nicht. Wenn wir keinen Schatten sehen, wissen wir, dass die Flamme das Licht nicht absorbieren kann. Also geht es einfach durch. So, und dann haben wir hier noch Salz. Ihr wisst, Natriumchlorid hatten wir gerade. Und im zweiten Schritt werden wir dann die Flamme salzen. Und wenn wir die Flamme salzen, wird sie plötzlich natürlich gelb, weil wir Natriumdampf drin erzeugen dann. So, und dann stellen wir uns wieder die Frage, wird jetzt der Schatten sichtbar? Lässt die Flamme jetzt die Spektrallinien vom Natrium durch oder eben nicht? Genau. Das bedeutet, wenn es jetzt so wäre, dass die blaue Flamme einen Schatten wirft, dann wüssten wir, aha, all die Atome, die an sich blau leuchten, können auch gelbes Licht aufnehmen, dann absorbieren das also. Wenn jetzt nur die gelbe Flamme einen Schatten wirft, wissen wir, aha, die Atome können also nur die Wellenlängen absorbieren, die sie selbst auch aussenden können. Und dann gibt es noch den dritten Fall, wenn die blaue Flamme einen Schatten wirft, die gelbe Flamme aber nicht. Dann wissen wir, dass ein Atom nur die Farben nicht absorbieren kann, die sie selbst wieder imitiert. Alles ist noch möglich, wir wollen das jetzt beim Experiment herausfinden. Vorher möchte ich aber noch schnell erklären, warum überhaupt der Schatten entsteht, wenn es absorbiert wird. Weil das Problem ist ja, dass die gelbe Flamme ja auch selbst gelbes Licht aussendet. Also warum entsteht dann ein Schatten? Das Drehlicht der Natriumdampflampe wird fokussiert nur in Richtung Schirm geworfen. Das bedeutet, wir haben hier von der Lampe ausgehend sehr, sehr viele Lichtstrahlen, die alle wirklich direkt zum Schirm gehen, weswegen der sehr hellgelb oder sehr stark gelb erleuchtet wird. Wenn nun aber die Flamme kommt, dann wird das Licht von der Natriumdampflampe dort aufgenommen und erstmal nicht weitergleitet, sondern von den Atomen erst im Nachhinein in alle Richtungen gestreut. Das bedeutet wiederum, dass zwar schon ein Teil des Lichts auch wieder zum Schirm geht, aber das Licht wird ja in alle Richtungen gestreut, also wird ein Großteil nicht zum Schirm gestreut. Das bedeutet, der Schatten ist nicht ganz schwarz, sondern immer noch gelblich, nämlich das Gelb, das quasi aus Zufall von den Atomen in der Flamme Richtung Schirm gestreut wird, aber es ist deutlich weniger gelb, als wenn die Lampe wirklich dahin scheinen würde. Das war's. Schaut euch nun die Versuchsergebnisse an. Viel Erfolg!